So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ich möchte meinen Dian-C abholen und einen Mega-Dian-C entwickeln. Und ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich abholen muss. Und es ist auch nicht mein zweites Dian-C. Es gibt ja sowieso kein zweites, also die, die schon eins haben, die kriegen ja nur Bonbons. Aber ich habe keins, weil dieser Account, der Habanero Lime, der Free-Do-Play-Account, und der hat ja kein Go-Fest gespielt, der ist erst nach dem Go-Fest entstanden, wurde da erst gegründet und bekommt jetzt ein kostenloses Dian-C von Niantic geschenkt. Und das ist genial. Ich sage immer dazu, wenn Tickets sind oder so, gerade Go-Fest, ihr müsst da nichts kaufen. Wir können das Go-Fest auch völlig kostenlos spielen. Meistens die Sachen, die in den Spezialforschungen mit Ticket kommen, kommen irgendwann später, sowieso kostenlos für alle. Und das haben wir jetzt eben auch wieder. Dian-C wird jetzt für alle veröffentlicht. Erstmal muss ich aber hier rein. Hier ist noch, weil man das Go-Fest-Ticket für dieses Jahr, das Globale, erworben hat, beziehungsweise in meinem Fall wurde mir das geschenkt, eine kleine Forschung da gewesen. Ein Hauch von Sonnenlicht heißt die. Da waren nur so popliche Aufgaben. Da hat man hier 70 Tage Zeit. Und da gibt es Belohnungen, wie hier diese Superbrutmaschine. Hier gibt es EP, hier gibt es Glückser. Hier sind zwei Pokémon-Encounter drin, die ich schnell abholen möchte. Hier ist ein Sonnenkern. Merkt euch, Sonnenkern. Ich werde jetzt gerade nichts bewerten. Ich werde erstmal nur alles fangen. Und am Ende versuche ich dann alles, was ich gefangen habe, zu bewerten. Die EV bleiben also egal. Vielleicht ist ja sogar ein Hunderter dabei irgendwo. Hier ist drei Golden Himmibeeren, nochmal 3000 Staub und eine Sonnenkrone oder was das ist. Eine Go-Fest-Sonnenkrone. Würde ich jetzt nicht anlegen. Finde ich auch nicht schön. Brauche ich nicht. Ich nehme das Video gerade am Wochenende auf. Da ist auch das Go-Kampf-Wochenende. Komm, wir nehmen die 6000 Staub hier auch gleich mal mit. Und da ist nämlich diese Forschung kostenlos für alle. Und diese gab es mit Ticket. Kaiser Kai hat mir Ticket geschenkt. Und ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass ich zu einem Ticket erstens kein Video mache. Zu einem Gegifteten. Weil ich zweitens es gar nicht schaffe, das zu erfüllen. Kämpfe 50 Mal in der Go-Kampf-Liga. Habe ich keine Zeit für. Habe ich gar kein Interesse dran. Da muss ich mal ein Zeichen setzen. Oder ich mache es doch noch fertig. Mal gucken hin und her. Man muss ja nicht gewinnen. Gehst du rein, gehst du raus, fertig. Wenn das mein Akku hergibt. Rivalenwoche habe ich auch gar nicht gesehen. Die Rivalenwoche ist auch gestartet. Da gibt es auch was. Das könnte man mit dem Go-Face-Ding verbinden. Ach, ich glaube, ich muss dazu einfach ein neues Video machen. Hier habe ich ein paar Feldforschungsaufgaben noch, wo ich auch D&C-Energie bekomme. Hier habe ich Entdecke Kando aufs Neue. Da kann ich erstmal hier noch die letzte Aufgabe abholen. Hier gibt es nochmal 10.000 Staub. Da ist das auch weg. Da edles Schimmern. Das ist die D&C-Forschung. Da gibt es Bälle. Jeweils 10 Stück. Bevor wir auf die fünfte Seite kommen. Und hier zum Abschluss müsste jetzt schon D&C drin sein. Deswegen habe ich mir das eben aufgehoben. Ihr seht hier auch diese Höhle. Der Höhleneingang. Da diese Kristalle. Es tanzt da rum. Es bewegt sich auf uns zu. Es kommt angeschlichen nach vorne. Man kann, glaube ich, wieder keine gelben Bären benutzen und nichts. Man muss einfach wieder hier ein paar Bälle draufschmeißen. Und dann bleibt es halt irgendwann drin. Es hat auch keinen Fangkreis. Es bastelt gerade. Es entwirft was. Es baut sein Nest. Da kommt Tobiris. Ganz viele. Gab es das beim Go-Fest auch? So eine ellenlange Animation. Wo das Edelsteine verteilt hat und die Tobiris fortgejagt hat. Ich kann mich gar nicht erinnern. Vielleicht habe ich es auch weggedrückt. Vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Genau. Das liegt eher dran, dass ich keine Ahnung habe. Jetzt fangen wir es hier. Dürfte dann auch im dritten Ball drin sein. War ja bei Mew. Das war ja die erste Forschung, die man an sich so immer hatte. Da haben sich alle gewundert. Was? Es kommt raus. Es kommt raus. Und es hat wirklich immer drei Bälle gebraucht, bis es dann drin war. Das ja auch. Es kommt zweimal raus. Und dann erst im dritten Ball ist es drin. Für mich ist es neuer Pokédex-Eintrag. Ich werde es jetzt aber nicht bewerten. Wie gesagt, ich werde erst die restlichen Aufgaben von der Dianziv-Forschung machen. Die müssten theoretisch alle gehen. So. Hier ist es drin. Die Dianziv. Ich wollte meins auf Level 50 ziehen. Auf dem Main-Account. Dann war es weg. Jetzt ist es hier da. Du brauchst 300 Mega-Energie. Aber die kriegst du, glaube ich, auch aus der Forschung. Jetzt gucken wir kurz wieder hier rein. Müssten jetzt auf der Seite 5 von 6 sein. Entwickel 5 Pokémon. Gehen wir mal hier Sonnenkern. Komm, entwickle mal. Das haben wir zwar gerade aus der Aufgabe. Ich habe es noch nicht mal bewertet. Aber wir entwickeln es einfach mal. Es wird eh. Selbst wenn es ein Hunderter wäre, wird es bei mir im Müllbeutel landen gerade. Ich möchte möglichst wenig Pokémon auf dem Account behalten. Da brauchen wir jetzt Zeit. Wir brauchen Zeit. Ihr müsst da jetzt mit mir durch. Wir müssen da noch ein paar Power-Ups machen. Hier ist Smogon. Smogon kann ich entwickeln. Wahrscheinlich werde ich als zweites dann auch nochmal einen Smogon entwickeln. Also das ist dann das dritte Pokémon. Dann noch zwei andere. Guckt euch einfach nur kurz die Entwicklungen an. Hört im Hintergrund. Die Kinder hört im Hintergrund. Die Teller hört im Hintergrund. Den Fisch im Ofen. Den kann man besonders gut hören. Der knuspert vor sich hin. Dann haben wir hier noch Driftlon. Genau, komm. Entwickeln wir ein Driftlon. Das ist meine Nuzlocke. Ich entwickle fünf verschiedene Pokémon. Ich freue mich immer wieder, wenn Selal im Fan-Chat irgendwas schreibt mit seiner Nuzlocke-Challenge. Und dann drehen alle durch. Selal, Grüße gehen raus. Bleib so wie du bist. Es ist jedes Mal wieder feierlich. Auch wenn du alle nervst, feiere ich das. Das ist irgendwie richtig genial. So, was haben wir denn? Molymoorbar, Knacklion, Elezebar, Shellast. Komm, lass uns mal so ein Krypto-Shellast entwickeln als viertes. Und eins haben wir da noch übrig. Dann, das Ding ist ja vom Typ Gestein. Also, Dianzi ist ja vom Typ Gestein und vom Typ Fee. Deswegen musst du, glaube ich, 15 Power-Ups bei Gesteins-Pokémon machen und 15 Power-Ups bei Feen-Pokémon. Muss ich mal gucken, was ich überhaupt habe und ob ich da meinen Trick anwenden kann, dass ich einfach immer nur WP-Niedrigste vom Level her ganz kleine nehme, um Staub zu sparen, bevor ich mir da stundenlang irgendwas suche, was ich endlich mal powern kann, was meistens schon gepowert ist oder die Bonbons fehlen, die nicht weiterkommen. Also, irgendwie kleines Zeug dann Power-Ups. So, Fee und Gestein, 15. Warte mal. Verwende ein Power-Up bei 15 Pokémon vom Typ Fee. Muss ich jetzt 15 verschiedene machen. Jetzt geben wir erstmal Fee ein. So, gehen auf, sortiert nach WP. Das hier sind die kleinsten, hier ist ein Pipi. Jetzt geben wir mal da 15 drauf. So, 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 so. Das müsste ja so passen. Und? Verwende 10, verwende 5, verwende 10, verwende 10, verwende 15. Also, die anderen von den Feldforschungsaufgaben sind auch mit am Start. Das passt. Jetzt noch ein Gesteins-Pokémon. Zum Glück haben wir den Rest gesammelt. Gestein, da ist das niedrigste Potrot. Das können wir gerade nicht machen. Das sitzt in der Arena. Wir haben Kastelit. Machen hier jetzt auch, bis wir bei 15 sind. Adi, Schatz, alles Gute. Adi guckt auch. Bitte nicht auf die Tastatur drehen, sonst geht's wieder weg. Holen jetzt hier die drei Sonderbonbons ab. Holen hier 300 Mega-DNC. Mega-Energie ab. Um's entwickeln zu können, kriegt ihr direkt hinterhergeworfen. Man konnte zwar Feldforschungsaufgaben machen, um die Energie zu kriegen, aber ihr kriegt auch hier direkt schon die 300 Energie. Auf der nächsten Seite, jetzt haben wir hier nochmal 2000, 2000, hier nochmal 2000, hier nochmal 100 Energie, dann nochmal EP, dann nochmal Sticker, 25 Sticker. Und damit ist diese Forschung auch komplett abgeschlossen. Im Heute-Tab können wir nochmal 25 Energie für Mega-Tour-Doc und hier nochmal für DNC abholen. Was hat sich hier noch getan? Da ist durchs Power-Up noch was fertig geworden. Hier auch. Rest, ja, da muss ich jetzt gucken, dass ich es am Wochenende irgendwie noch fertig mache. Und wir wollen jetzt bewerten, was haben wir denn gerade gefangen? Wir haben eigentlich nur das Sonnenflora. Das ist jetzt hier 15 Angriff, 2 Sterne. Wir haben hier das Sonnenfell, 3 Sterne. Und wir haben unser Dian-C. Es hat zwar nur 2 Sterne, aber der Angriffswert ist der beste, ist der höchste. Und ich würde jetzt hier auch direkt die Mega-Entwicklung mal durchführen, dass ich das dann immer, wenn es wieder kostenlos Mega-Entwickelbar ist, nochmal Mega-Entwickel oder die erste Zeit kann ich ja durch die Mega-Energie, die jetzt übrig ist, es weiterentwickeln. Da auch im Mega-Pokedex registriert. Das passt. So, 1820. Klingt nicht nach viel, aber das Teil ist mega nützlich. Das Teil ist mega stark. Mega genial einfach. Ich habe jetzt noch 110, 110 Mega-Energie übrig. Da werde ich den nächsten Tag auch noch was machen. Ich werde jetzt hier noch meinen Tag dran machen. Hier Mega-Tag. Habe ich das bei Simsala eigentlich auch gemacht? Simsala. Hier. Da muss auch noch der Mega-Tag dran. Fällt mir gerade ein. Genau. Und dann sind wir damit fertig. Wir sind damit fertig. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr jetzt erst euer Dian-C bekommen? Wie gut ist es? Wie sehen die EV aus? Habt ihr schon beim Go-Face damals ein Dian-C bekommen? Schreibt es rein. Was ist euer Dian-C? Wer hat das Hunder da? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.